Hallo aus den TikTok-Studios. Ich habe gerade das neue Video für Freitag aufgenommen, Freitag 12 Uhr, mit dem Thema, was stört, ist der Kunde. Was allerdings gar nicht stört, sondern sensationell ist, dass ich gestern 10.000 Euro, in Worten 10.000, 10.000 Euro an die Aktion Deutschland hilft überweisen konnte für die Erdbeben-Katastrophe. Also die Gewinnspiel-Aktion, die Poster-Aktion war ein Riesenerfolg. Wir haben 10.000 Euro ein bisschen aufgerundet zusammenbekommen. Ganz, 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 ganz herzlichen Dank dafür. Der Gewinner der Uhr ist auch schon gefunden. Also alle, die jetzt heute keine im Wertversand haben, die haben leider nicht gewonnen. Aber nochmal ganz herzlichen Dank. Über 150 Leute haben mitgemacht, haben gespendet, teilweise auch wesentlich mehr als nur die 50 Euro. Ich finde, es ist ein sensationeller Erfolg. Sobald ich die Spendenquittung habe, werde ich sie auch zeigen für alle, die es mir nicht glauben. Aber ich freue mich wie Bolle und ich glaube, das Geld kommt an genau der richtigen Stelle an. Nochmal ganz herzlichen Dank und bis am Freitag um 12 Uhr. Ciao.